Du mich auch. Ich bin wieder General, glaube ich. Ja komm, alten Sack, habe ich garantiert nicht gepreist. Gepriesen. Ja, ja, jetzt wird das gar nicht. Ist doch Wahnsinn. Hm. Wie viele Punkte hatte ich beim letzten Mal? Ja. Keine Ahnung. Ja, ja. Geht das überspringen? Nein, gut. Ah, ich habe den Prinz nicht gehatet, weil ich einmal vergessen habe. Ja. 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 Was ist denn Sinn, Junge, weil sie ein paar Leute getötet hat, ja, okay. Halt 60. Wieso benutzt sie das schon wieder in der anderen Mahlzeit, ach. Was ist denn der Instinkt? Ach, 9.21. Na ja. Kann ich das überspringen? Nein, das kann ich natürlich auch nicht überspringen. Dann machen wir es halt so. Nehmen wir die schnelle Möglichkeit. Geil. Das war das da. Ja. Hm. Junge. Auf Kammeln oder Nebendrücken. Glaubst es. Ja, verpiss dich. Ich glaube besser, dass es da kommt. Ein bisschen runter. Kann ich da jetzt mehr fragen. Hm. Ah, komm schon. Als ob die irgendwie eine Herausforderung wären. Hm. Ich war eigentlich eine Party. Ja. Ich kann das hier mehrfach machen. Oh geil, dann doch hier das gar nicht. Nee, doch nicht. Was? Oder geht das noch einmal pro Abenteuer jetzt? Doch. Genau einmal pro Abenteuer. Okay. Dann habe ich es doch richtig überstanden. Alles klar. Kann ich wieder gehen. Ja, ja. Ja, ja. Ach, komm schon. Dann gehe ich wieder und komme. Nächste Woche wieder. Passt schon so ungefähr. So ungefähr. So ungefähr. So ungefähr. Sind wir jetzt in 10 Tage. Was? Okay. Und dann muss er auch. Oh Gott, dann muss ich das jetzt noch... Ja, natürlich muss ich das noch 20 mal machen. Wäre sonst nicht langweilig genug. Ja, komm mal. Tschüss. Zumindest hoffe ich, dass das jetzt funktioniert. Ja, ich weiß, wer du bist. Ich war schon mal da, weißt du, letzte Woche. Sinn, 274. Das reicht aber noch nicht. Ich glaube, 500 oder so muss ich. Warte, was muss ich? Moment. 500. Das heißt, ich könnte nochmal speichern und kurz vor den 500 dann einfach mal gucken, was ich dann für ein Ending bekomme. Was? Achso. Ich denke mal schon, hä. Aber ja, passt. Aber ja, passt. Alles noch. Wieso kann ich nicht unten rein? So lande ich immer oben. Gute Frage, nächste Frage. Exit only. Einbahnstraße. Steht ein Schild da. Geht halt nicht. Geht halt nicht. Pech gehabt. Komm. Komische Geräusche. So wie im Spiel. Ja, komm. Gib mir das. Gib mir dieses Getränk. 357. 860. Neu. 400. Einmal auf jeden Fall noch. Geht es auch zweimal nehmen, ist es zu viel. Neu. 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 Ja. Ja. Oh, das ist doch vier. 237 war es, ne. Neu. Oh ja. Ihr könnt einfach nachschauen. 960. 80 macht 414, ja. 248? dann Wahrscheinlich nicht viel anderes als jetzt, solche Bedingungen für Generale, sonst kein anderes an den glaube ich Ich bin mir nicht sicher wie die sich genau überschreiten, aber ich kann den fighten? Ja, kann ich Ah, habe ich ja jetzt keinen Sinn bekommen? Ja geil Muss ja auch nicht, reicht ja wenn ich Untote töte und Sinn bekomme Weil ihn habe ich ja nicht getötet Ja, was auch immer das Spiel hier sagt Ja, hallo schön, dass du mich wieder vorstellst, weil ich habe schon vergessen wie du bist, warst du erst ein paar Mal hier in den letzten Wochen Das ist ständig, ständig kommen hier Leute vorbei Das ist der Wahnsinn Ich hoffe, ich hätte vielleicht nicht ausruhen sollen, weil Jetzt möglicherweise Jetzt möglicherweise Möglicherweise Blödsinn macht, wenn es so viel Sinn hat Äh, Details 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 Das ist einfach nur nichts Vielen Dank Nein Nein Von Toll ich hab hier einen leckeren sündigen frank ich hab hier auch einen äpfel ne lass mal so wie mir irgendwas anhaben könnte noch ich hoffe sie baut jetzt kein Mist gib mir mal Geld hier kriegst nochmal das buch wie jedes jahr ist immer das gleiche buch ist das nicht gut wenn sie keinen mann treffen will weiß gar nicht was sie wollte damals total easy ok man darf die sünde nicht zu früh erhöhen und man muss im internet nachgucken was man machen muss aber sonst sagt das so als ob wir schon mal gekämpft hätten also ein schmerz drauf interessant ist dass er es nur tut wenn man genug sünde hat müsste sich eher wenn sie viel glauben oder so hat ich mein sie weiß offensichtlich nicht dass sie dann was passiert also ich hab mir überhaupt ein wunderville ja ja gescheit muss ja nicht alles sinn ergeben dem spieler gibt herrlich wenig sinn dem spieler gibt herrlich wenig sinn naja sieht doch hübsch aus die strahlen sind vielleicht ein bisschen übertrieben und so in der flange fingernähr gestehe ich jetzt gar nicht aber sonst nicht unbedingt für immer kann auch sein dass man kommt bis jemand tötet wird ertal gut Vor allem brauche ich irgendwie 500 Fade um Held zu werden, warum, verstehe ich nicht so ganz, naja. Oh, 487, uh, das bringt derbe Minuspunkte, weil ich recht viele noch habe, soll es nicht mehr Minuspunkte geben? Ja, Karl, das war so Princess Mega 2, lief so mäßig gut und ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten, let's play.